Servus und hallo zu Oriented Blind Forest. Es geht ansatzweise weiter, also direkt weiter. War das ein Stress in der letzten Folge mit dem Sandboden? Ich habe ja gar nicht gespeichert, dazwischen kann ich den Saubending einfach weiterspielen. So, schauen wir mal was hier, was ist die Belohnung dafür, dass wir uns den Sandwurm geschafft haben. Muss ja irgendwas geben. Ah, wir haben ja jetzt alle Lichter und müssen wir die nur noch zur Geisterweite bringen. Sprich, dann ist Spielende. Das machen wir jetzt erstmal nicht. Sondern es gibt ja nur ein paar Quests, die wir... Wo bin ich eigentlich? Hier oben. Ah, okay. Bin ich jetzt einfach wieder hier oben? Okay. Hier ist doch irgendwas. Stille Warnholt. Bring Saya zur Geisterweite zurück. Okay. Dann bringen wir halt mal da hin. Wie auch immer wir da hinkommen jetzt. Ah, vielleicht ist jetzt der Weg frei. Teleportieren wir... Moment. Ja, doch. Teleportieren wir mal hier hin. So. Oh, das war jetzt echt stressig. So. Ich würde gerne speichern. Speichern. Spiel gespeichert. Okay. Ähm. Jetzt mal kurz beenden und zum Hauptmenü. Einfach deswegen, weil ich gern ein Backup hätte. Und zwar hier vorne. Das machen wir. Kopieren. Einfügen. Überschreiben. Okay. Perfekt. Und jetzt fortfahren. Jetzt haben wir aktuelles Backup. Falls ein Speicherstamm kaputt gehen sollte. Ist wahrscheinlich wie der Fall, aber... Einfach sichereres Gefühl. Okay. Dann muss ich jetzt hier hin. Ähm. Ja. So. Okay. Hier haben wir... Hier nach links oben. Ach, war das wohl wie der Sterbentor, oder? Oh. 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 Okay. Oh. 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 Okay. Oh. Okay. Oh, neuer Abschnitt, geil. Dachte jetzt kommt nur noch irgendwie Bossfight-Gedöns. Ah, hier ist jetzt der Weg frei. Das ist natürlich sehr gut. Es gibt tatsächlich nur noch einen Abschnitt, geil. So, okay, hier, hier muss hin. Schauen wir mal. Trauerkamm, okay. Okay. Wie war das? Ah, okay, ja, wir direkt hier geresettet. Oh-oh. Auf zu. Ah, okay. Uh, B, B, B. Uh, A. Ich muss hier mal kurz... Geisterschlag, den brauche ich... Hier. Geisterklingel habe ich hier und hier habe ich das. So. So, hast du mich jetzt kaut? Jetzt geht es aber auf T12 hier. Okay, was kommt jetzt? Äh... Okay. Was war der Aufzug? Was ist das? Oh. Nicht so gut. Äh, hallo? Nein, ja, nur. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Ich. Was.